So, Tom hat sein Kupferpatch mal geklaut. Probiert nachzumachen. Also nachgemacht hier aus dem Stück Kupferrohr. Hinten das Runde ist das zum abschneiden. Jetzt habe ich aber meine Probleme. Da unten sieht man, dass ich es aufbiege. Wie mache ich die Patina? Dann Bandschleifer, Dünnerschleifen und sonstiges. Und ja, ich habe halt Haushaltsmäßiges nicht da. Ausgedruckt sein Patch, aufgeklebt hinten und probiert durchzudrücken. Ja, geht. Da eine doofe Unterlage. Nachher habe ich doppelages Leder genommen, dickes Leder genommen. War besser. Ich wollte mal ein dünnes, ich habe noch ein dünnes Schaumstoffteil da. Müsste vielleicht noch besser sein. Kugelschreiber war eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil man hat durch das Malen gleich gesehen, wo man war. Tja, jetzt sieht die ganze Geschichte aber so aus. Nicht der schönste. Aber am Üben. Ja, Rückseite. Wie mache ich Patina mit irgendetwas, was man so da hat? Also Essig? Geht nicht. Salzsäure? Probiert. 30%ige? Geht auch nicht. Oder nur einfach einfärben. Hier Schweine, Leber, Dingsbums, hin und her. Wie das heißt, habe ich nicht da. Habt ihr jemanden Tipp? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's?